Herzlich Willkommen zu einer weiteren kulinarischen Weltreise. Diesmal frisch auf dem Drangir zubereitet Bubur Ketan Hitam. Das ist das indonesische Nationalgericht auf Bali, übersetzt in etwa schwarzer Reispudding, kommt dem heimischen Milchreis sehr nahe. Viel Spaß auf Bali. Nachkochen ausdrücklich erwünscht. Alles, was ihr zum Gelingen braucht, sind schwarzer Reis, Kokosmilch, Salz, brauner Zucker, Palmzucker und Pandanblätter. Ach ja, und eine Kanne Wasser. Bevor ihr mit dem Kochen anfangt, weicht ihr bitte den schwarzen Reis acht Stunden im Wasser ein. Am besten über Nacht. Ansonsten braucht es ewig, ehe der Reis weich wird. Das habe ich schon mal vorbereitet und trenne nur noch den Reis vom Wasser. So dann wird der Drangir gezündet. Dann kommt der Reis ins Spiel mit ausreichend Kokosmilch. So, das sollte reichen. Ein klein wenig Kokosmilch bewahrt ihr bitte für das Finale auf. Dann kommen Pandanblätter hinzu. Vom Geschmack her sind sie der Vanille sehr ähnlich. In unseren Breitengraden sehr schwer zu bekommen. Aber im Asia Shop gibt es diese frisch zu kaufen. So auch der schwarze Reis und die Kokosmilch. Weiter geht es mit der berühmten Prise Salz. Dann das Ganze schön durchmischen und bei kleiner Temperatur köcheln lassen. Ihr seht, das Ganze verfärbt sich nach einer Weile braun-schwarz. Wenn das bei euch genauso ist, seid ihr auf dem richtigen Weg. Und damit sich am Topf nichts festsetzt, bei Zeiten immer mal wieder umrühren. Perfekt! Nach gut einer Brennstofffüllung habt ihr die erste Hürde genommen. Der Reis wird zum Ruhen beiseite gestellt. Die zweite Hürde folgt dann sogleich und zwar mit der Herstellung des Sirups. Dazu wird Wasser in einen Topf gegeben und brauner Zucker hinzugefügt. Dann umrühren und aufkochen bis sich der Zucker auflöst und die Masse zähflüssig wird. So, mal prüfen. Ja, perfekt! So muss das also vom Feuer nehmen. Dann kommt der vorgekochte schwarze Reis wieder ins Spiel. Erneut aufs Feuer stellen und den Sirup hinzufügen. Danach alles schön umrühren. Und fast hätte ich es vergessen, es kommt ja noch eine weitere Zuckerart dazu und zwar Palmzucker. Auch diesen gut untermischen. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum denn so viele Zuckerarten in diesem Rezept von Nötern sind. Reicht eine Art nicht aus? Nun im Prinzip ja, aber tatsächlich hat jeder Zucker einen anderen Geschmack. Hätte ich so nie und nimmer vermutet. Nach einem kurzen Aufkochen steuern wir aufs Finale zu. Es darf serviert werden. Das wohl beste Bubur-Ketan-Hitam der Welt. Garniert mit einem Esslöffel Kokosmilch. Ach, übrigens, schwarzer Reispudding gelingt übrigens auch auf dem heimischen Herd. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen und freue mich auf ein Wiedersehen. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020